Hallo, man hat es nicht verstanden, weil Ricky immer noch so leise ist, aber willkommen zurück zu TTT, wir spielen die beste Map. Ich bin nicht leise! Sehr viele Leute, sehr, sehr viele Leute in den Kommentaren, dass eines der letzten Videos haben sich gewünscht, dass wir mal Pack Maze spielen und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir auch einfach mal auf die Wünsche hören. Wir hören auf die Kommune, wir sind nur Pack Maze. Also beim Traitor-Bike-TTT-Parts, da haben sich das so viel gewünscht, dass es uns sehen. Riki und du. Oh, ja. Oh, 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 oh. Irgendwas geht los. Ich bin aber, warum ich eben im Discord so laut bau? Du bist im Discord sehr leise, nicht laut. Jeder ist in seiner Zeiten. Oh, wenn man in den Packman... Oh, man kann mal schiehen. Na ja, ist es auf jeden Fall. War eine gute Runde soweit. Hätte ich mich ja gar nicht mühden müssen. So, meine Lieben, das war eine wundervolle Folge auf Pack Maze. Nee, 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 komm, wir... Nee, 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 nee. Ich war ja noch gar nicht im großen Arcade-Raum. Timo, warum... Ja, ich hab noch gar nichts gesehen, Rikki, sei mal leise. Timo und ich? Ja, Timo wolltest du einen Among Us Double Kill machen. Ja, aber so Double Kill funktioniert nicht. Irgendwas willst du? Okay, wie hat dir die erste Runde auf deiner Lieblingsmap gefallen? Ich muss mich jetzt muten, Johnny. Sorry. Verpiss dich doch. Also, wir wollen festhalten, dass die gewissen Leute hier diese Map unbedingt spielen wollten. Und ich finde sie jetzt schon... Unbedingt, ja. Ja. Ich finde es eigentlich gar... Oh mein Gott, Maeve, Fully. Okay, Fully, Maeve, komm mal zurück. Okay, Fully, du kommst zurück, dann kriegst du auch das Geschenk hier. Was wird passieren? Oh yeah, Fully. Oh mein Gott. Wie sieht's da oben aus, Fully? Ich hab nur schwarzen Bildschirmen. Hast du Level 128 erreicht, oder was? Schwarzen Bildschirmen. Duck dich, duck dich, duck dich mal. Oh, wir kommen zurück, Fully. Du hast mich ein bisschen klaustrophobisch, wie du hier drin bist, ehrlich gesagt. Ist das für euch große Menschen alle immer so? Äh, ja. Manche sind richtiger Hans Guck in die Luft. Ich bin hier gerade rein. Der Moppy, komm mal her. Wir sind gewachsen. Der Dashke hat für dich ein Bild gemalt. Der Dashke? Ich wollte deine Gefühle ausdrücken. Das drückt meine Gefühle aus. Peace, Mann. Was? Was ist das denn? Anderen Pac-Mason, Pac-Mason? Tatsächlich, ihr solltet Angst vor Sean haben, wurde mir mitgeteilt. Oh, da ist er. Shit! Tut mir leid, Ricky, ich dachte... Ich hab's gesehen, er hat reingeschissen. Ricky ist humorblau. Da kam ich ja gerade noch rechtzeitig mit meiner Warnung. Warte, Ricky, hab ich was zur Heilung? Nee, aber, äh... Ricky, ich hab was Besseres. Oh, wer hat denn das schafft? Oh Gott, die sind alle tot außer ich. Ich hatte so Glück und ich weiß nicht, wer es war. Fuck, wer hat eine gute Waffe dabei? Fucking Galil? Ach, Junge. Ich war doch irgendwer mit einer coolen Waffe, oder nicht? Wo zum Fick hast du es hin? Hallo. Wie hast du es da hergegeben? Ach Gott. Oh, diese Bälle. Johnny denkt, dass die Galil schlecht ist. Er nimmt die Galil. Ich hab' eine gute Waffe. Oh, die Galil. Ich bin mit so'n super Schaf durch das Mace geflogen. Hab dann euch alle auf einen Blick gesehen. Ja, hab ich gemerkt. Ja, ist mir aufgefallen. Ich bin explodiert. Ich kann mir nur merken, dass die Farmers gut sind. Mehr kenne ich nicht. Die Farmers. Ich will auch mal weiter werden in den Runden. Bitte, danke. Aber die Galil ist geil. Geil. Vielleicht kann ich es mir so merken. Geil. Ey, Hockey, wie geil ist die Map für dich? Also, ich finde sie eigentlich ganz nett bisher. Ich bin zum Zweifel Detective geworden. Das ist eine blaue Rolle für einen blauen Kerl wie mich. Gibt den Spaß meines Lebens. Bist du jetzt Peck Mace-Fan? Halt deine Fresse. Es ist Peck Mace-Montag. Timo nicht so frech. Ich werde nochmal auf ihn schießen und dann trag ihn einfach weg, Maeve, okay? Warte, warte, ich muss nachschauen. Da, warte. Ich glaube, Tim ist jetzt immer der Map. Maeve, mach doch mal. Da, mit Schauen. Maeve, schnell rechts von dir schon, Maeve. Da. Was ist passiert? Oh, oh, respawlt der gleich? Was? Oh, mein Gott, Mann. Was ist denn mit Winschcraft? Ey, komm schon. Wir sind beide im Limous. Timo. Hä, Mann, was haben die bei uns gemacht? Ey, können wir auch einfach ranhängen. Wir müssen uns ruhig die Waren. Steh doch auf, wenn es dir nicht passt. Ups. Wir sind über euch. Johnny, jetzt steh wieder auf. Wir sind ja vorbei jetzt. Spaß ist Spaß. Fuck. Wir sind über der Map. Wir sind über der Map. Ja, bitte auch, bitte. Oh, oh, oh. War ja nur Spaß, Johnny. Wo bist du hin, ey? Hat mir nur Spaß gemacht. Johnny ist gerade verschwunden einfach. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht hat die, äh, das... Wer ist... Clyde will jetzt versuchen, alle Traitor zu killen. Ich bin so... Vielleicht hab's auch gerade gelesen. Oh, oh. Da ist Clyde. Da vorne ist er. Da ist Clyde, der Geist. Ja. Das ist der Geist. Fully. Fully, lauft besser weg. Da kommt nicht Clyde. Fully, da ist Clyde. Fully. Fully, der kommt gleich. Fully, der will den Traitor fressen. Ah, Clyde. Hat er dich nicht getötet? Bist du Traitor? Nee, wenn er... 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 Willst du mal zu Clyde laufen? Wo ist Clyde? Ach, Hockey lebt auch noch. Ja. Was sollen wir jetzt machen mit euch? Hm. Hockey, wie... Wie plan... Hockey? Komm mal her. Ist das eine Waffe? Da ist Clyde wieder. Habt ihr Inky und Binky gesehen? Inky, Winky. Der macht Schaden. Lala. Nee. Das glaubst du eigentlich, wer es ist, Maeve. Oh, glaubst du, es ist einer von denen da oben? Ja, es sind bestimmt die, die ich da oben gefangen habe. Sean und Timo, seid ihr Traitor? Nein, wir sind beide Inno. Wirklich? Ja. Wer hat den Thomas abgefeuert? Ähm, ich hab auch, Mann. Riki? Ich hab zwei Traitor getötet und es ist noch nicht vorbei. Ich geh mal hoch und schau mal nochmal, okay? Jungs, hallo, ich bin hier, Jungs. Hey, hier drüben. Hier drüben. Sag mal, seid ihr euch sicher, dass ihr nicht Traitor seid? Oh mein Gott. Aber da schießt jemand auf mich, das tut ein bisschen weh. Naja. Also, jetzt nochmal. Ich werde gleich wieder gehen und dann komme ich nicht mehr wieder. Okay. Wow. Wow. Oh, es war doch. Hier bringt die Verhoffung. Hockey steht vor dir und der Ball hat auf uns und du erschießt mich. Wie sind denn, äh... Das sah gerade voll heftig los. Ja, du hast hinter mir geschossen und ich hab mitbekommen, dass ich Schaden bekomme. Ich hab gesagt, okay, das war übel heftig. Wie du morgen aus dem Boden ist so ein interdimensional human being, Junge. Der Detective, ganz recht. Das hätte ich so gern gesehen. Wie sind Riki und Hockey gestorben? Mehrfach verschossen, keine Ahnung, warum? Ja, aber war besser so, die Runde wäre sonst nicht geendet. Nee, weil ich wusste, dass die oben das... Die haben gesagt, die sind's nicht. Das hab ich nicht geglaubt. Oh mein Gott, zum dritten Mal in Folge Detective. Diesmal bin ich Hansch. Hast du einen Hansch? Ah, pass mal auf, Jungs. Ja, man wird hier öfter teleportiert auf der Map, Riki, ja? Jungs, wen wollen wir kaffen für die Runde? Oh, lass mal Orki kaffen. Der wird hier teleportiert. Okay, wo bist denn du? Höcker? Orki, Schmocki. Höcker? Oh ja, hier ist der Arcade. Ich werd hier immerhin teleportiert. Ich werd hier in die Arcade teleportiert immer. Ja, mies. Ich werd mal manchmal teleportiert, Riki, ich weiß nicht warum. Vielleicht sollst du mal eine Runde Pac-Man spielen, um runterzukommen, Riki. Ein bisschen Pac-Man. Ist das gar nicht so gute Spiele. Hockey. Ist das auch nicht. Hockey. Oh Gott. Du wolltest die Map spielen, Hockey, und so ist es dann auch. Warte mal. Ich mein, Sean hat geschossen, aber wir tun einfach so, als ob es nicht so gewesen wäre. Naja. Kannst du mich wieder einkaffen? Was denn überhaupt? Was denn überhaupt? Was hab ich aufgemacht? Warte mal, ich glaub, Tivo ist nah. Vorsicht, da schießt jemand, Hockey. Lauf besser. Warte, warte, warte. Du bist nicht da? Ich wusste es. Okay, warte, warte, warte. Ich hab wirklich den Traitorum geöffnet, aber ich dachte vielleicht, das ist nicht so offensichtlich. Wie guckt ihr die Traitor bisher? Ich hab nichts erkannt. Oh Mann. Aber ich wusste auch nicht, wo die Pink Door ist, ehrlich gesagt. Nein, pass auf, die Pink Door ist da rein, und dann startest du, kannst du da drinnen, in diesem Raum, kannst du dann den Pinken geist losschicken. Ja, das ist cool. Ich wollte auch gerade reingehen, aber... Ja, das klingt wirklich ziemlich cool. Ja, die Map ist halt scheiße, aber egal. Ach, Rieke, bist du negativ, was soll denn das? Das waren so anti. Warum bist du so anti? Warum so anti? Weil ich immer nur innocent werde! Ja, ich auch. Immer. Immer. Puli, du wirst echt immer innocent. Jee, das war... Wie sieht's mit dir? Hey! Ach, das ist Mogi. Oh, die sterben. Ja, ja, genau. Oh my God. Hab schon erwischt. War's schon? Nein. Ja, sicher. Aber Mogi ist ja... Was ist denn hier? Mogi ist hier... 100%, 100%, 100%. 100%, Mogi. Könnt ihr euch hier auch... Jetzt ist hier mal gewissen, wie... Mogi... 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 Oh God, was mache ich hier jetzt? Mogi... 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 Fuck. Gott! Ok. Ok, ok. Achja, ich mein Execution, ich hab keinen Schaden gemacht, fuck. Ja, da hat Muggi ein bisschen Bö... Ach schon, ach schon. Das kann ich dir ja persönlich sagen, tatsächlich. Ach schon, ach schon. Nein das ist mir peinlich. Ich glaube er ist ihm unangenehm. Ich glaube, er hat mich darauf antworten. Muggi? Ja. Wie sieht es eigentlich mit dem channel mit ein paar Plus auf Muggi aus? Was? Du könntest mal wieder ein paar Isaac-Internationale Videos auf Moggy posten, oder? Die sind sehr international, ja. Ja. Hockey hat gefragt, was daraus geworden ist. Ja, Hockey hat sich über dich lustig gemacht. Nein, das stimmt nicht. Ich sag's mal so, mein komischer Kanal, von dem niemand weiß, die Videos sind, die haben deutlich mehr Views als die von deinem, Hockey. Will ich einfach nur sagen. Der geheime Kanal, von dem niemand weiß, ist lange nicht so komisch wie mein Kanal, von dem niemand weiß. Von meinem Wissen aus sind super viele. Der ist gar nicht so geheim, oder? Du hast nur einen Kanal, an dem niemand weiß? Nein, Riki, niemand weiß davon. Was da? Niemand weiß davon. Naja. Eure Kanäle machen Views? Naja, kommt drauf an. Ja. Also meiner nicht? Fully. Blinky wird nun alle Terroristen schön. Fully, Fully, Fully. Fully, Fully, Fully. Ja, ja. Ah, ah. Ah. Ha, ha. Ha. Ich verrate dich nicht, keine Sorge. Okay. Danke. Warum schießt du Detective jetzt? Hallo? Blocker. Ah, wir haben einen Blocker, wir haben einen Blocker. Ah. Du, das? War Morty, das Ding. Na ja, gut, dann. Irgendwer schießt da, irgendwer schießt da. Bin wer raus, wer schießt? Hm. Ist ja interessant. Ich glaube, wir wurden gerade gezugt. Bist du's? Sei ehrlich. Töte mich nicht. Nein, töte mich. Ich bin da, töte mich. Echt? Ja. Ehrlich? Ja. Warte, 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 warte. Warte, nein. Ich wollte es den Traitor noch wissen lassen. Ich wollte doch so etwas sagen wie, oh nein, Traitor, ich werde gerade angeschossen. Wer hat ihn erschossen? Ich wusste nicht, dass er, also ja, ich wusste schon. Wer ist der? Ich hab's dir gesagt. Ich hab gesagt, wenn Nahten schießt mich. Ich wusste, dass Moggy Nahten ist, aber ich wollte sich nicht. Du machst eine gute Runde gerade noch, Riki, und du machst es kaputt. Ich mach alles kaputt. Und das Beste ist, Riki wird jetzt dafür bestraft. Riki, Rikis Dummkopf. Aber in solchen Fällen darf man auch sagen, dass er Nahten ist, wenn man sich damit als Traitor entlarvt, oder? Also ich finde das nicht gegen die Regeln oder so. Ich mein, ja, von mir aus an sich, ja. Nur wenn er Nahten ist, wird ja ziemlich stinkig sein, aber... Dann sollte er vielleicht mal duschen gehen. Yeah, oder Mundwasser benutzen. Riki, wen wollen wir umbringen? Ja. Bist du Traitor? Nee. Aber ich bin dir das schuldig. Ich hab, ich hab, du hast noch was gut bei mir. Ich will, dass er nicht der Klugscheißer hat verdient. Lass mal den Klugscheißer töten. Hockey. Johnny. Achso. Pass mal auf. Das ist mir alles egal. Auf dir steht da jemand. Okay, ich bin jetzt schuldig. Oh, schuldig. Dumm, 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 dumm. Mach dein Zug. Nein, nicht Eschke. Bro, John. Was ist passiert? Was ist passiert? Digga, Hockey, bist du dumm? Hat Hockey seinen eigenen Kollegen getötet? Ich hab dich doch gewahrt. Ich hab gesagt, John, pass auf. Wie ist die Runde gerade geendet? Ich bin auch so verwirrt. Ich bin so. Hau, man. 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 Ich hab ihn übrigens gekillt, Riki, und er war pure, und dann war ich blind. Ja, frag Hockey, ich hab nichts mitbekommen. Among Us. Ach, man. Das ist eine dumme Rolle. Da hat jemand Thomas abgefeuert. Das ist eine richtig dumme Rolle. Ich hab mich weggeworbt, naja. Jungs, ich glaub, wir stecken im Limbo fest oder so. Ich glaub, wir sind im Limbo. Ich glaub, das hier ist die Hölle. Ich will einfach nur noch sterben. Ich erschieß mich. Was meint ihr mit Lauf? Wer ist das? Oh, wir haben einen Blocker. Willy wollte von mir erschossen werden. Dashke, warum hast du ihn erschossen? Wieso ich? Dashke. Maeve. Das ist mit Feuer beworfen. Dashke hat geschossen. Hockey ist tot. Hockey ist tot. Ich hab geschossen. Dashke hat Poli erschossen. Ich schieße jetzt. Ne, Moggy ist es. Moggy ist es. Moggy ist es. Lass das in Ruhe, bitte. Moggy ist es. Ich brenne. Johnny ist es. Ich brenne. Wir haben Glocken. Es ist alle noch andere. Man muss sich auch ein bisschen Spaß erlauben. Hast du ein Trader? Hallo? Nein. Das Mechanismen, ihr seid ein Ehepaar? Ja. Ihr seid gerade aufwendig, ein Ehepaar. Ja. Was findest du? Das macht gar keinen Sinn. Let's go. Ja, das war vielleicht ein bisschen offensichtlich. Moggy war es gar nicht. Nee. Du warst wirklich nicht. Nee. Wow. Ich habe mich gerufen, Dashke. Ja, weil er einfach mich beschuldigt und auf mich geschossen hat. Und neben mir. Ey, ich habe Poli geschossen. Ich habe Poli gesagt, ich bin geschossen, weil ich kam Dashke im Neckern. Ich habe gesagt, das ist eigentlich Dashke war's. Ich wollte sterben und Moggy hat meinen Wunsch erfüllt. Er hat nicht wirklich sich verteidigt und das war ganz lustig. Hockey war einfach reingerannt und gestorben eigentlich, oder? Ich glaube, Hockey war muted. Muted. Und wir drei Jungs hier? Ich hab kein Russisch Roulette, ich hab ne Golden Deal. Du kannst dich aber auch muten, Dashke. Hallo, ja. Hallo, ja. Damit meinst du kannst dich muten, Dashke. Oh. Dieser Dashke. Entschuldigung. Dieser Dashke. Aber irgendwann war er nicht übersteuert. Was glaubt ihr, wer es ist? Hey, Hockey, bist du gerade? Bist du gerade einfach? Johnny, oder? Johnny. Ich merk schon, dass ich hier nicht willkommen bin. Äh, Johnny? Oh mein Gott, blauer Pac-Man-Geist. Oh mein Gott. Ich hab mir den Feuerball dann auch gekauft, tatsächlich. Feuerball gekauft? Oh mein Gott, was? Was ist passiert? Es muss Hockey sein. Es muss Hockey sein. Tausend. Was? Er ist als einziger nicht da. Oh. Aha. Was ist mit Johnny jetzt? Ich wüsste es nur, weil Ricky sofort stumm weggelaufen ist. Ey. Oh. Aber war jetzt der jetzt ein Kollegen gesportet? Da war der Geist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Johnny ist bisher noch nicht aufgetaucht und hat irgendwas gesagt. Oh, warum wurde ich angeschossen? Was verdächtiges. Oh, stimmt. Man kann es auch nicht so... Oh, Johnny ist in der Falle gelaufen. Ricky hat in der Falle gelegt bestimmt wieder. Ah! Er war's. Ey, das ist einfach so. Das sind doch nur Random Pills. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was waren das für Teams hier gerade? Huiuiuiuiui. Wie viele Teams gab's? Geil. Schau mal. Mein Gott, Mogi, ey. So voll erschreckt. Ich muss rennen. Nein! Das sind die, die mich umbringen wollen. Du weißt nie, wo deine Mörder sind im Pack-Base. Ich war übrigens innocent, ne? Also, das wisst ihr. Ne, sicher. War ich wirklich? Ich hab... Ich hätt gern ne Waffe. Hast du ne Waffe für mich, Herr Detektiv? Weil, das vorhin war ja nur Spaß. Hab ich Spaß gemacht, hatte... Das war einfach nur... Ich kann die Sache nicht abschmeißen. Doch. Ich weiß nicht, auf welchen Knopf ich das... Der Pilz ist halt eh dumm. Ich... Fuli und ich waren halt beide schon oben. Ja. Das stimmt. So sieht's aus. Ja, aber ich noch nicht, ne? Ja, warum hast du den dann weggeworfen? Äh... Ihr könnt ihm irgendwen geben, den ihr euch aussucht. Gib ihm? Okay. Ja. Du kannst den jetzt... Hallo, Jungs. Ich hab hier ein Geschenk vom Detektiv. Möchte jemand... ...ein Gott werden? Oh, ich hätt gern. Wer von... Wer von euch will ein Gott werden? Die Leute sind scheiße. Folgende Sache. Ich werd die nach oben werfen. Das ist wie... Das ist wie mit Blumenstrauß beim Brautpaar, okay? Und wenn... Fängt der, äh... Beglücklich oder so. Ich mag wie Fuli und ich beide in die Luft geguckt habe, bevor er es gemacht hat. Oh, so viel Glück. So viel Glück muss man erstmal haben. Okay, chill. Okay, chill. Okay, chill. Thank you. Schieb ihn nach oben. Schieb ihn nach oben. Schieb ihn nach oben. Schieb ihn nach oben. Wo ist das? Ja, hinter mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Maeve war übrigens. Maeve stand hinter mir als Eisjäger. Ja, ich weiß. What the fuck? Aua, Feuer, 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 Feuer. Fuli, da ist ne Statue. Ja, das ist meine Statue. Maeve hat übrigens gelegt. Nicht meine. Okay. Jetzt war ein bisschen auffällig von Maeve. Ah. Wir haben Johnny Jungle verloren. Ich nehme euch seinen Hut mit. Ich bin frei. Ich bin frei. Okay, jetzt bin ich bestimmt drei Sekunden. Wow. Oh Gott. Oh, Dashke, Vorsicht. Dashke, die ist immer noch hinter dir. Vergiss das nicht. Ja, ich wollte mal gucken, wie schnell die hinterherkommt. Oh Mann. Es ist Maeve. Ah, fucking Death Ringer. Wo ist Maeve hin? Maeve, wo bist du hin? Ich seh' dich doch! Gah! Wow, 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 wow! Das kann nicht sein! Hat der Timon, hat der Timon auch den, hat der Timon auch den Death Ringer? Nein! Oh mein fucking Gott. Deschke. Oh Gott, die Runde aus Deschkes Perspektive muss interessant sein. Der hängt einfach nur hier rum und... Du bist den Geist noch nicht losgeworden, den Engel. Nein. Ah, schon wieder der Dabbringer, das gibt's doch nicht. Hier mit einem Turmend Dabbringer. Das ist schrecklich auf dieser Map mit dem Geist. Holy shit. Der Drone war so gut. Oh, ist so schwer. Junge, mein Nachladen. Ich hab von Maeve gewusst, geh um ihr Ecke und er findet mich sofort. Das war so bietig. Ich hab grad jemanden erschossen und mich umgedreht und es kommt noch zu mir direkt entgegen. Ich müsste irgendwas machen sofort. Wenn man sich auf eine Person mit zwei Engeln schießt, hat die denn zwei Engel hinter sich? Bestimmt. Haben wir ein paar Bengel? Ja, das kann sein. Oh, die Bengel. So kann man die Gruppe nennen, wenn es nicht nur die vier Buben sind. Naja, ich weiß ja nicht. Ich glaub, ich bin gegen die Bengel. Ich bin schon so ein paar Bengel. Ich find, Hockey ist ein richtiger Bengel. Hockey ist ein blauer Bengel, oder? Ja, ich bin auch so ein kleiner Bengel. Und der Schaum ein bisschen im Traitor-Shop unauffällig. Naja. Hätte man besser machen können, glaub ich. Was hast du so vor? Ach, willst du ihn, äh... Pass mal auf, man kann die Leiche aber auch nach oben ins Nichts packen. Aber lass uns was tun, bitte. Ich hab Schaden genommen. Ich sterbe. Ich krieg den nicht weg. Naja, lass mir ihn hier. Oh. Verstehe. Herr Detective, niemand hat hier gerade den... Oh, die Leichen identifiziert. Schlecht. Da bleiben wohl nicht mehr viele übrig, hab ich recht? Die fucking Sardellen. Wer, wer, wer macht die ganze Scheiße hier? Wer ist hier? Irgendwo im Maze versteckt. Das ist, 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 so als würde man Wolfenstein spielen an dem Punkt. Ist inzwischen erlaubt übrigens bei uns. Der erste Teil, falls ihr mal ein, äh, relativ, äh, langweilig gealtertes Spiel spielen wollt. Aber ich glaub, ich nehm die auch mit. Ja, dann wiederum, ne, wir gehen auch, wir bleiben bei Shotgun. Wenn ihr nur in die Ecke kommt, kriegt ihr auch die Schnauze. Hallo? Wer lebt denn hier noch? Äh, in den Backrooms, wir können die Runde nicht beenden. Oder sowas. Oh, verstehe. Aber versuch mich nicht umzupringen. Ah! Was? Alter, dieser Ball. Was? Dieser Dumme beim Bouncey Ball. Warte mal, Sean war auch Konnecke von uns? Oh, Sean war undecided. Ja, ja, ja. Ich war auch nicht im Traitor-Shop, ich war undecided. Hab grad auf Traitor geklickt und dann wär ich in der Morde. Wow. Oh, Mann. Au. Sieß. Wir haben schon eine starke Runde von uns. Yeah. Boah, da macht sich jemand einen Monster auf, das hab ich gehört. Jetzt wird gegönnt. Ich wollte nicht geworbt werden. Nee, so ist es gar nicht. Das weißt du gar nicht. Undecided. Undecided. Hast du eine Traitor-Roller? Ja, hochstark. Oh, ja. Oh, Timo. Timo. Na ja. Jede Runde Traitor-Roller. Na ja, was soll ich sagen? Oh mein Gott. Hallo, Fully. Ich will die Waffe. Fully, was geht's? Ich auch. Das sind so viele. Das geht nicht nochmal, oder? Das ist so dumm. Nee, leider nicht. Aber schade. Nee, wir halten zusammen. Wir sind ein Team. Yeah. Die Traitor werden uns nicht finden. Was ist denn hier passiert? Hocki, hast du einen Traitor gesehen? Wow. Wie viel. Wie viel. Was? Du Scheiße, Scheiße. Ich müsste euch vorstellen, wie meine Situation war. Ich war gerade so am Grübeln. Was mache ich denn jetzt? Nicht doppelt drehen, bitte. Johnny, nicht doppelt drehen, bitte. Ich doch nicht. Doch, das doch. Meine Hände sind nicht mal an der Tastatur. Ich erzähl weiter. Da kommen einfach nur Mates um die Ecke. Er ist einfach drei andere Traitor. Ich muss nichts mehr machen. Ich war undecided und konnte Mesmerist werden. Dann haben wir Timo und Steam genug dazu geholt. Mann, ich will auch mal Traitor sein. Hallo. Och, Rikki. Hallo. Rikki will mal Traitor sein, ne? Nee, ich werde nur Traitor, wenn die Runde vorbei ist. Ich werde nicht mehr aufgeben, wenn die Runde gespielt werden. Ich habe nichts verstanden. Was meinst du? Ich werde nicht wer der Traitor ist. Ich werde ihn nicht erschießen, Dashker. Stehenbleibe und Hallo sage, dann werde ich erschossen. Wollen wir Dashker schießen? Was? Ja, schon. Was war er? Ah, haben wir gemacht. Naja. Oh. Oh. Das war dämlich. Hm. Was passiert? Fucking Hockey. War Hockey oder was? Oh, ja. Das ist der Stoff. Der hat doch Rik erschossen. Ich will nicht sagen, hier hinten wurde auch zwei Innocents erschossen. Maeve. Das bleiben nur noch. Zwei übrig. Nein. Aua. Okay. John war. Johnny. What the fuck? Was für eine Runde? Alle Innocents haben sich gegenseitig gekillt, bis die Hunde, weil sie trinkt war. Das war so eine komische Runde. Ich konnte gar nichts machen eigentlich. Und dabei haben sich eigentlich alle Innocents selbst getötet. Ja, ich habe nichts Hasses gemacht eigentlich, aber es war wohl ein Ausschussverfahren. Ja. Wir sind falsch gekommen, Johnny. Ah, shit. Ich hasse es, wenn das passiert. Das Problem. Bei Pac-Man ist passiert das öfter. Immer zum falschen Zeitpunkt. So unangenehm. Immer. Oh, das ist eine schöne Farbe. Die passt hier rein. Ja. Zum falschen Zeitpunkt. Ich frage mich, wer der Traitor ist. Blaue, das ist die Message gewesen. Daschke, hallo. Oh, Daschke, Fully, wir drei wieder. Daschke, wo gehst du? Daschke, warte doch. So ein Spielverderber. Willst du ein bisschen toll? Tauben, ja. Tauben, ja. Tauben, ja. Tauben. Ich spiele alleine. Lass mich einfach in Ruhe. Tauben, ja. Oh, hallo, Daschke, du hier. Lass mich einfach in Ruhe. Hey, beim letzten Mal ist so nichts Schlimmes passiert. Lass mich in Ruhe. Ich hasse alles daran. Wie wärs mit Tauben jagen? Wie wärs mit Lass mich in Ruhe. Oh, hallo, Daschke. Hey, äh, du hier. Hey, Daschke. Hey, Daschke. Hey, wir werden nicht tot. Hey, folgendes. Da liegt jemand. Na ja, gut. War ihr innocent. Timo, was gibt's? Herr Detective, ja bitte. Äh, Hockey und Ricky sind tot wegen mir. Okay. Ja, der Vielfrag ist tot. Bleibt noch übrig. Daschke und der Johnny. Nein, nein, ich war die ganze Zeit bei dir. Ja, oder du. Na ja, bleibt noch einer übrig. Daschke, du hier. Jetzt muss ich zeigen, was ich gelernt habe, dabei Daschke zu verfolgen. Daschke, wo bist du? Und es hat wieder mal geklappt. Alter. Genau vorhin teleportiert. Wieso steht da, wieso guckt er einfach nur in die Ecke und Mogi kommt von hinten. Dann bin ich in die Ecke geguckt, weil da die Traitor-Dinges ich gesehen habe und ich dachte, okay, ich aktiviere das jetzt. Da kann man nicht rein, aber danke für das Monster. Äh, Sean, Hockey, was soll denn das? Johnny hat zwei Innosex gekillt, das muss Minus-Karma geben, wow. Dann habe ich Johnny gekillt. Ich habe Johnny gekillt. Oh, ich habe gesehen, wie Sean ein Wort begangen hat, aber das ist gar nicht egal. Äh, Sean, hast du es gehört? Nee. Wenn du das Messer hast, dann musst du Rechtsklick machen, um die zu fressen und Linksklick ist nur ganz normal Messern. Ah, okay, okay, da ran, da hat's. Rechte Maus hast du gedrückt lassen. Hey, Timo, du hast voll, wenn ich kam. Halt deinen Maul, lass mich in Ruhe, wir müssen so herzlos sein, wirklich. Wir geben jetzt eigentlich schon Traitor? Als Team seid ihr die Schlimmsten, ihr seid mit dem Team und ich bin echt miese Traitor. Ich werde kein Traitor. Schauen wir dich doch voll gut, oder? Ja, ihr seid ihr, das sag ich doch gerade damit. Sean ist statistisch gesehen schon wieder. Aber Dashke, du bist eh ein bisschen Traitor. Ja, wir brauchen nicht Schaden. What the fuck? Was passiert? Hä? Nein, wir bleiben einfach mal hier. Johnny, bitte zieh nicht auf uns. Johnny, identifizier mal bitte. Identifizier doch bitte mal Johnny. Ja. Was? Äh, sieht schlecht aus, ne? Oh mies, warte, wer ist noch übrig? Ah nein. Johnny und Timo. Naja, dann... Ja stimmt, Timo und... Dann schauen wir doch mal. Nee, du... Oh, da fliegt die Bananenbombe, da würde ich nicht rüber gehen. Ey, also wenn... Da ist er ja. Hallo. Shit. Alter, wie du den wegmachst. Was ist denn los mit dir? Keine Ahnung. Weil mein Weg hat mich gestört. Timo. Ah, du hast... Bienen! Bienen, 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 Bienen. Oh, oh, oh. Du spielst montan viele Shooter. Das merkt man auch ein bisschen. Nee, ich bin echt... Das war echt nur Zufall. Ich bin richtig schlecht heute in TTT. Ich bin richtig schlecht bei den heutigen Aufnahmen. Oh, ich brenne! Warum brenne ich? Wegen Timo. Ich frage mich, wo der Traitor ist. Das ist dieser Timo, von dem ihr dauernd redet. Ich brenne. Das ist... Oh nein, ich nehm so viel Schaden. Oh mein Gott, hier ist fucking Feuer. Warum, Riki? Warum? Timo, Timo, Timo... Morgi und Morgi und Maeve haben gesagt, dass Sean es ist. Das habe ich Sean getönt. Es gibt nichts Schöneres, als mit Timo. Du hast die Sean so gut genutzt, dass man so stark verliert. Aber es gibt nichts Schöneres, als mit Timo. Es gibt nichts Schöneres, als mit Timo im Traitor-Team zu sein. Ich sag, wie es ist. Ja, wir haben uns als Innoissance auch alle selbst getötet. Fucking Gold Dragon. Ja, aber man fühlt sich einfach so sicher, wenn Timo noch der Letzte ist, der in seinem Team ist. Ja, wir haben beide nichts gemacht, ne. Man, Sean. Man guckt einfach zu, wie er sie alle umbringt. Johnny, das ist ja auch Timo. Das Gute ist, dass meine Traitor-Statistik nicht schlechter werden kann, weil ich hier nicht... BOOM! Ich habe BOOM gemacht. Wieso machst du einfach BOOM? Das hat mich erschrocken. Und ich habe Zoom gemacht. BOOM! Mach nicht BOOM! Machen wir von Dashke, Maeve? Ne, ne, ich bin's nicht. Ich glaube, Dashke ist das. Er ist irgendwie immer Traitor. Das sagst du jede Runde schon. Warte, da hat der Wand steht, wer es ist. Rick... V. Rick V. Wir suchen Rick V. Wir suchen Rick V. Okay, lasst uns Rick V suchen. Er ist Traitor ohne Pro. Er ist Traitor. Sag mal, habt ihr Rick V gesehen? Ich habe gehört, dass er Traitor ist zu 100%. Er war's wirklich! Er war's wirklich! Was ist hier passiert? Mann! Der Arme! Haben wir Rick V gesehen? Ich hasse sowas. Ich glaube, hat hier jemand einen gewissen Rick V gesehen. Ich schreibe euch jetzt. Pass auf, ich sag euch jetzt, wer es war, ja? Okay. Ich sag euch jetzt, wer es ist. Ja. Okay, okay. Das ist ein R für Ricki. Dashke. D. Dashke. Wer ist Derek? D. Dashke. D. Dashke. Der. 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 Nein, er schreibt jetzt nicht das, was ich denke. Der F. Ach nein. Haben wir jemanden, der das mit F anfängt? Es ist der F. Ich habe den Traitor gerade getötet. Fuu. Der. Der. Der Ful. Der. Der Ful. Der Fuli ist gerade ziemlich proven. I. Wer ist Ful. Aber, warum schießt der Ful, der ist Proven? Außerdem schreibt man den nicht mal. Sie haben meine Botschaft gelesen. Was macht ihr da? Warum ist das so dämlich? Ja gut, dann ist Deschke, Deschke ist. Ja, das ist Maeve, der läuft. Wieso? Ich wusste jetzt, dass es Deschke. Das war ungefähr die derigste Runde überhaupt. Ich kann nicht einfach mal von der Leiche weggehen, damit ich Hockey wiederbeleben kann. Nee, Hockey war nicht in Pac-Mace-Stimmung. Vermutlich wäre Pac-Mace ein bisschen witziger, wenn ich nicht jede Runde gerandomiert würde. Was? Ja, Max, du sagst jetzt kein Spaß beim Pac-Mace oder was? Ja, keine Ahnung. Ja, Hockey ist kein Stress. Ich sag nicht, Pac-Mace hat er getötet. Das hat mir Hockey aber wirklich leid. Und er hat meine Hand packt, aber richtig krass. Aber wer hat Ricky umgebracht? Letzte Runde. Okay, dann gibt's jetzt die letzte Runde. Innocent, was bist du, Fully? Was machen wir, Fully? Wir schießen den Pakt ab, okay? Dass wir uns nicht gegenseitig killen, dafür schießen wir uns ins Knie. Okay, ich schieße auch ins Knie. Au, okay. Ihr könnt euch mal ins Knie schießen. Halt die Schnauze, Johnny. Wir sind zu zweit und du bist allein. Sei nicht so frech. Ja, wir sind cool. Tu nicht. Halt die Presse, Mann. Halt die Schnauze. Gebt den Weg frei. Geht weg. Wir müssen mit Johnny was klären. Okay, Johnny ist alleine. Johnny, du bist alleine. Ach, shit. Er schickt mich. Er schickt mich wirklich. Ja. Komm schon, Johnny, wir verblicken. Scheiße. Thomas, du... Was? Oh, was? 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 Sorry, was? Was? Du hast mich erwischt. Wie ist Fully in diese fucking... Oh mein Gott. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich einfach mal voll erwischt. Ich glaube, das war mit viel Abstand. Das war die schlechteste Traitor-Runde, die wir jemals hatten. Ja. Wer hat denn Thomas gemacht? Das ist gar nicht so groß, auf Mogi zu schießen damit. Aber ich fand's lustig. Und ich wusste, Fully ist da irgendwo in der Nähe. Aber... Aber der Zug... Wie... Wie bist du überhaupt am Zug vorbeigekommen, Mogi? What the fuck? Ich stand komplett woanders als beim Zug. Ich war nicht bei Fully. Ich war sehr schock. Ich dachte mir... Du warst bei Fully. Nee, an dem Punkt nicht mehr. Ich war woanders. Ich stand hinter dir. Ich hab auch nicht gezielt und Fully rennt rein. Ich pack's nicht, Alter. Bonusrunde. Das war wahrscheinlich der Delay. Bonusrunde. Oh, Maeve, Maeve, Maeve. Weif, 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 weif. Eigentliches Team. Ja. Ja. Das muss jetzt ordentlich angegangen werden. Oh, das war ein Küsschen. Nein, ich hab's nicht gesehen. Bonusrunde. Oh mein Gott, ja. Bonusrunde. Na? Na? Bonusrunde. Okay, was hast du vor? Hä? Was hast du vor? Findet ihr die Bonusrunde geil? Der Fully. Ich find dich geil. Die Kartoffel. Die ist ziemlich weiß. Die ist ziemlich weiß. Ui. Yes. Das war nicht so cool. Nee, das war ziemlich geil. Dashcare, willst du nicht mit Fully und mir ein bisschen da rumhängen? Ja, ich möchte mit meinen letzten Freunden da rumhängen, bitte. Komm Dashcare. Juhu. Nö. Was? Was? Der Detektiv, wer hat... Was? Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Untersuch die, untersuch die. Machen wir doch. Wusstest du eigentlich, dass Johnny uns beide übel witzig findet? Ha? Ich würde dich fragen. Ich würde dich fragen. Was macht ihr beide? Wieso ballert ihr alle tot? Wir haben einen getöteten Traitor. Er hat den Detektiv gekillt. Er hat den Detektiv gekillt. Ja. Ich habe übrigens nicht einmal geschossen. Ich habe eine Rifle. ich wünsch dich, ich wüsste, wer mein Traitor der Kollege war. Ich wüsste, wer mein Traitor der Kollege war. Die sind schon dabei bei dir, für dich? Ja. Ich will wissen, wie witzig du findest. Ja, er will so gerne dich dieses Kompliment feuern. Kann man schon, kann man schon mal machen. Doch, doch. Ach geil, komm. Ach du bist bei mir auch dabei. War es... Was? Ja, das war... Das war doch stark, ja. Das war doch ein schöner Vorgeschmack für die nicht. Ja, Mensch. Oh, was für. Ich hatte nicht mal einen Traitor schon. Was sind wir, Johnny? Ich hatte auch keinen. Wir werden es nicht erfahren. Ich hätte uns den liebenden Wind noch gewöhnt. Wir sind beide sehr, sehr gut darin, Leuten so Gesprächsfloskeln anzutrainieren, also dass man euch dann so nachredet. Oh mein Gott, das ist so. Wovon redest du? Ist ja einfach nicht so. Ist ja einfach so. Ist ja einfach so. Ihr seid Sprachtrendsend. Nein, warte, wir müssen kurz ein kleines Fazit durch die Runde machen. Also, Timo, was hättest du von Pack Maze? Das ist die beste Map von allen. Sean, was hättest du von Pack Maze? Ich bin verliebt. Und Hockey, das war ja deine Lieblings-Fab. Was hättest du von Pack Maze? Ich finde, wir sollten noch eine zweite Runde auf Pack Maze spielen. Sean, ein Maze-Star-Bard vorbei, dann finden wir noch mal Pack Maze. Nächste Runde auch bei Pack Maze. Wir sehen uns. Doppelrunde. So gut auf Falschmack auf nächstes. Doppelrunde. Doppelrunde. Geil. Tschüss. Geil. Tschüss.